Ja, Newsflash, schön, dass ihr da seid, aber nicht nur irgendein Newsflash heute, sondern sogar der am letzten NFL-Sonntag der Regular Season 2021-22. Ich habe nächste Woche gehen die Playoffs los, paar Entscheidungen fallen noch heute, ich habe Bock drauf, wir gehen in die Nachrichten. Als erstes, ich habe es länger nicht mehr promotet, aber wenn ihr Bock habt, der Link ist immer noch in der Beschreibung. Holy Energy, ich stehe nach wie vor komplett dahinter, das war nicht nur wegen des Gewinnspiels und ja, ich sage euch noch, was dabei rauskam, ich warte noch auf ein bisschen was. Gut, NGG, auf keinen Fall vergessen, wenn ihr das benutzt, ich habe jetzt richtig einen Vertrag mit denen unterschrieben, heißt meine Provision ist sogar ein bisschen gestiegen und ich bin jetzt quasi schon mal mindestens ein Jahr lang safe da. Also ja, macht mir sehr Spaß, die Zusammenarbeit und wie gesagt, ich stehe nach wie vor hinter dem Produkt. Ab 17.01. wurde mir gesagt, oder irgendwo in dem Dreh zumindest, kommen die anderen Sorten, die es momentan nicht gibt, wieder in den Laden, also das wird auch nochmal ein geiler Tag. So, ich habe gedacht, ich gebe einen ganz kurzen Rückblick auf die Spiele, aber wirklich nichts Genaues, die am Samstag gekommen sind. Deswegen habe ich den News Flash auch erst Sonntag aufgenommen, also vor ein paar Stunden für euch. Kansas City hat gewonnen, relativ knapp 28-24 gegen Denver. Die Ansicht hier ist übrigens anders, weil ich ziehe mir die Grafiken, die Ansicht ziehe ich mir immer von ESPN und die haben in letzter Zeit so viel Struggle und das Dallas Spiel ist zum Beispiel in dieser normalen Ansicht einfach nicht auf der Seite so. Aber egal. Also ja, Kansas City hat 28-24 gewonnen. Das war weniger dominant, als ich gedacht hatte und ich war zwischendurch immer am Hin- und Herüberlegen, okay, vielleicht ist es wirklich so, dass Mahomes gerade und die Chiefs insgesamt sich jetzt auch so denken, ja, mein Gott, die Titans gewinnen morgen sowieso und warum sollen wir jetzt hier uns großartig anstrengen, uns irgendwie noch riskieren jetzt hier uns zu verletzen und was weiß ich. Aber dann hat sich Mahomes bei starken Aktionen wirklich halt so krass gefreut immer, dass ich gedacht habe, okay, doch. Also er wollte das schon wirklich definitiv gewinnen. Denn auf der anderen Seite war natürlich die große Motivation, ja, hier zwölf Spiele hintereinander verloren gegen die Chiefs, seit Peyton Manning nicht mehr gewonnen. Da wollen wir natürlich jetzt endlich wieder mal gewinnen. Also die waren auf jeden Fall motiviert, die Broncos. Aber das geht natürlich auch auf der anderen Seite so, von wegen, ey, wir haben die jetzt zwölfmal geklatscht, jetzt kommen wir auf Nummer 13. Der Klatsch ist natürlich ein bisschen fies, ne, da waren natürlich auch knappe Siege dabei, so wie der hier zum Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich denke, es war wirklich einfach keine besonders geile Performance von Kansas City. Die Receiver waren manchmal auf einer anderen Seite als Mahomes, das ist jetzt wieder schön gedeutsch-englischt, aber die hatten manchmal ein paar Missverständnisse, wo du denkst oder wo man merkt, okay, Mahomes denkt, er läuft den Feld weiter, aber der Receiver hat gedacht, er soll die Route abbrechen. Das ist manchmal, es ist halt nicht so einfach wie in Madden von wegen, wenn da eine Fade ist, ist eine Fade. Du hast häufig und auf einem hohen Level in der NFL noch häufiger natürlich Re-Routes, wo du nicht eine feste Route hast, sondern je nachdem, was entweder ein bestimmter Spieler oder zwei Spieler machen oder was die Coverage ist, wenn man es erkennen kann, musst du dann deine Route abändern. Musst du die reinbiegen zum Beispiel, musst du gerade laufen, musst du dann eine Comeback statt eine Goal laufen und so weiter. Und da waren manchmal die Receiver nicht auf der gleichen Seite wie er wieder, das ist das Sprichwort rausgeholt. Also ja, klar, ohne das Playbook richtig zu wissen, weiß man nicht, wessen Schuld es ist, aber ich würde mal sagen, gerade in der NFL, gerade bei so einem Quarterback wie Mahomes, ist es in über 90 Prozent der Fälle dann eher die Schuld vom Receiver. Das heißt, das müssen die auf jeden Fall auf die Reihe kriegen bis nächste Woche. Denn als Kansas City-Fan bin ich ehrlich, wäre ich jetzt vielleicht so ein bisschen unsicher in die Playoffs reingehend. Auf der anderen Seite, Denver, ich hätte wirklich richtig gerne eine ganze Saison von Drew Locke gesehen nochmal, denn jetzt so wenig, wie man ihn gesehen hat, das reicht mir einfach nicht. Klar, da sind Splashes dabei gewesen, das mobile, was ja gefühlt jeder Quarterback, der ja heutzutage in die Liga kommt, haben muss, hat er natürlich auch wieder gezeigt mit ein paar Third-Down-Conversions, dann eben den zwei Rushing-Touchdowns da. Aber es ist nicht genug, um wirklich sagen zu können, okay, jetzt geben wir ihm nächstes Jahr nochmal eine Chance, weil der restliche Roster meiner Meinung nach zu weit ist. Ich habe auch am Anfang irgendwann getweetet, free my boy Judy, weil da als Passer ist das halt wirklich noch nicht momentan Drew Locke. Da sind immer mal Flashes bei, wo er geile Pässe hat, aber ne. So, nächstes Spiel, Dallas 51, Philadelphia 26. Das habe ich tatsächlich erst heute Morgen geguckt, als ich aufgestanden bin. Das ist ja jetzt geil, am Game Pass kann ich einfach aufstehen und das dann nachgucken. Und ich habe dann irgendwann, als es eindeutiger wurde, habe ich es ausgemacht. Und Dak Preskitt hat fünf Touchdowns geworfen, hat damit den Single-Season-Touchdown-Rekord von, warte, Romo? Muss Romo gewesen sein. Ja, sagen wir einfach von Romo gebrochen. Hat jetzt also den Rekord für die meisten Passing-Touchdowns in einer Saison. Für die Cowboys natürlich, nicht für die gesamte NFL. Ja, und halt auch in so einem Spiel. Die Eagles haben Backups gespielt auf den meisten Positionen. So Receiver haben sie Devontae Smith zum Beispiel noch so lange drin gelassen, bis der den Receptions-Rekord da gehabt hat. Also, ich weiß es nicht. Das Spiel wirkte wirklich, also ich war froh, sagen wir mal so, dass ich nicht extra noch nachts wach geblieben bin, um das Spiel zu gucken. Denn es wirkte wirklich so ein bisschen hingedings auf beiden Seiten, dass man nur noch irgendwelche Rekorde jagt und einfach so ein bisschen im Rhythmus bleiben will. Bei den Eagles, wie gesagt, viele geschont worden. Bei den Cowboys hätten vermutlich unter normalen Umständen auch mehr gespielt, aber ein paar waren auch Covid-technisch raus. Also, es war einfach kein besonderes Spiel, sage ich mal. 51 Punkte am Ende ist stark, aber die kamen halt auch sehr, sehr viel zum Schluss. Über große Teile war es ein sehr enges Spiel und auch auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen. Also, wenn die beiden jetzt in den Playoffs gegeneinander spielen würden, was glaube ich noch drin ist, wenn, oh Gott, was muss passieren? Ich glaube, die Panthers müssen auf jeden Fall gegen die Buccaneers gewinnen und dann müssen vermutlich sowohl die Niners als auch die Saints verlieren oder vielleicht nur die Niners oder irgend sowas. Also, es wäre auf jeden Fall möglich, dass wir in der ersten Playoff-Runde gegeneinander spielen und falls das passiert, dann könnt ihr euch sicher sein, sehen wir ein komplett anderes Spiel als das, was wir hier gesehen haben. Alright, wir müssen über die Antonio-Brown-Sache reden. Normalerweise wäre es natürlich clever, das Ganze ans Ende zu packen, aber ich mache es einfach jetzt. Okay, erst mal, was ist passiert. Letzte Woche beim Spiel gegen die Jets ist er dann Anfang der zweiten Hälfte, oder was man als Fan da mitgekriegt hat oder als Zuschauer, hat sich seine Sache ausgezogen und ist vom Feld gegangen. So, und ist dann halt einfach nach Hause, beziehungsweise ist in New York geblieben und so weiter. Danach gab es verschiedene Ansichten von verschiedenen Seiten, beziehungsweise verschiedene Darstellungen, logischerweise ist es ja immer so. Und bevor ich mich zu sehr auf irgendeine Seite stelle, möchte ich sagen, es ist im Leben, mit meiner unglaublichen Lebensweisheit, kann ich das sagen, sehr, sehr häufig so, dass es super langweilig ist und dass nicht einer recht hat und der andere nicht, sondern dass es irgendwo dazwischen ist. Wenn hier die beiden Meinungen sind, dann ist es halt mal mehr hier in der Mitte, mal mehr hier in der Mitte, mal genau in der Mitte, aber es ist selten wirklich komplett, dass der 100% recht hat und der 100% lügt. Deswegen muss man mal gucken, was man wem an welcher Stelle glaubt und so weiter. Antonio Brown hat gesagt, er hat Knöchelprobleme, deswegen hat er auch unter der Woche nicht trainiert, hatte dann ein Setback, hat geguckt, ob es funktioniert, ist reingekommen ins Spiel, sah auch ganz gut aus, dann hat es ihm aber scheinbar zu sehr weh getan. Er hat gesagt, er möchte nicht nochmal ins Spiel wegen seines Knöchels und dann wurde er deswegen gecuttet. Also vorläufig gecuttet, sagen wir mal, offiziell. Samufer ist ein paar Tage später durchgegangen. Er ist schon durch die Waverwire durch, das heißt, er ist momentan Free Agent, könnte mit jedem Team sein, aber da kommen wir später drauf. Und das war quasi seine Ansicht, dass die Coaches gesagt haben, ey, wir geben dir hier eine Spritze mit einer Sache, die angeblich auch gefährlich ist, die man nicht gespritzt kriegen soll, laut NFLPA. Und du gehst jetzt wieder rein und du spielst, wir brauchen dich, haha. Obwohl die quasi wussten, dass er das mit dem Knöchel hatte. Das war die Variante von Antonio Brown. Wenn das wirklich so gewesen wäre oder wenn das wirklich so war, natürlich sehr rattig von dem Team, sowas sollte man nicht machen. Ich glaube, ihr müsst euch auch alle sicher sein, viele von euch wissen es vielleicht, viele nicht. Sowas passiert wirklich in der NFL. Dass man Spielern sagt, okay, also entweder du kriegst es bis Sonntag hin zu spielen, selbst wenn du verletzt bist. Wir können dich mit Schmerzmitteln vollpumpen wie sonst was. Wir tapen dir deinen Knöchel, was auch immer. Aber du spielst. Oder wir müssen uns dann leider nach einer Alternative umgucken. Normalerweise würde ich aber sagen, passiert das beim unteren Drittel von einem Roster. Also bei den Spielern, die jetzt keine Starspieler sind, die nicht sehr gut sind. Und bei denen logischerweise, die keine dicken Verträge haben. Es ist verständlich aus Business-Sicht, aus menschlicher Sicht, dass sowas natürlich aber trotzdem rattig das zu machen. Aber das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder sowas. Bewiesenermaßen passiert sowas definitiv. Auch ich würde sagen, in vermutlich jedem Team. Selbst wenn ihr denkt, nein, mein Coach würde sowas nie machen. Wenn ich mir deinen Kerber angucke, würde ich sagen, der würde sowas nie machen. Aber es gibt auch Entscheidungen, die über den Headcoach gehen. Also ja, die Buccaneers haben dann gesagt, Antonio Brown hat sich beschwert, oder beziehungsweise Bruce Arians hat gesagt, Antonio Brown hat sich beschwert in der Halbzeit schon, dass er zu wenig Targets kriegt und dass andere Leute mehr Targets kriegen, die es seiner Meinung nach nicht verdienen. Anscheinend war Antonio Brown auch schon über die Wochen vorher, als er gesperrt war wegen dieser gefälschten Impfpass-Sache. Da war er auch schon nicht zufrieden damit, wie wenig Unterstützung er vom Team gekriegt hat. Dann ist er, wie gesagt, zur Halbzeit ein bisschen ausgerastet. Dann hat er gesagt, alle kriegen Targets echt nicht. Und dann haben scheinbar Spieler ihn wieder beruhigt gekriegt. Ich nehme an, das ist hauptsächlich auf Brady und Evans zurückgefallen. Und dann im dritten Viertel war es aber wieder so, dass er gesagt hat, boah, ich kriege hier keine Targets, leck mich alle, ich gehe jetzt. Und dann hat Bruce Arians gesagt, ja, okay, you're done. Und das ist auch eine Sache. You're done muss nicht direkt heißen, du bist gecuttet, so wie Antonio Brown das darstellt, sondern you're done kann auch erst mal heißen, du bist durch für heute, geh dich umziehen. Ich nehme schon an, sie haben ihn direkt gecuttet, aber wenn ich jetzt meine persönliche Meinung geben müsste oder meine Vermutung, dann sage ich die Geschichte, das ist deutlich näher an der Bruce Arians Sache dran als an der Antonio Brown Sache. Danach gab es dann auch noch Geschichten, dass ein Onlyfans-Model am Tag vorher sich hat in den Hotelraum von Antonio Brown schmuggeln lassen, um sich da lieb zu haben in dem Raum. Und alle ganz, 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 ganz komische Sachen. Dann hat Antonio Brown noch Tom Brady unter den Bus geworfen, von wegen, ja, warum ist Tom Brady mit mir befreundet, weil ich ein guter Footballspieler wäre, ansonsten würde er nichts von mir wollen und na na na. Und hier der Coach, mit dem er zusammenarbeitet, der geht gar nicht. Antonio Brown ist einfach wirklich ein super ekliger Mensch, meiner Meinung nach, egal ob er da jetzt Probleme hat und nichts dafür kann oder ob es Entscheidungen sind und er was dafür kann, ekliger Typ. Und ich hoffe, 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 dass er nicht noch eine Chance kriegt. So, er sagt jetzt, er will sich operieren lassen und nächstes Jahr Business wird boomen sein. Hab auch schon Meinungen gesehen, die gesagt haben, wenn Antonio Brown will, dann ist er nächstes Jahr definitiv in einem Team. Aber ich hoffe einfach nicht. Am Ende kommen dann irgendwelche Teams wieder um die Ecke, die dafür bekannt sind, dass ihnen egal ist, was Spieler für einen Charakter haben, solange die performen. Raiders jetzt gut vielleicht nicht in dem Beispiel, aber Cowboys könnten wieder um die Ecke kommen. Aber ich hoffe es wirklich nicht, weil der Typ hat ungefähr 20 zu viele Chancen gekriegt, einfach weil er ein krasser Footballspieler ist. Und das sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht ist es zu sehr meine Lebenseinstellung oder was weiß ich. Und da denke ich zu wenig businessmäßig. Ich mag sowas einfach nicht. Er hat sich meiner Meinung nach keine Chance in der NFL verdient. So, wir haben zwei Headcoaches. Das ist einmal Pete Carroll von den Seattle Seahawks und dann Mike Zimmer von den Minnesota Vikings, wobei beiden jetzt Gerüchte aufgekommen sind, huch, es könnte eventuell das letzte Spiel sein. Interessanterweise sind es auch zwei der älteren Coaches in der NFL. Da muss man ja dann auch immer noch die Optionen mit einberechnen, dass es eventuell passieren könnte, dass sie sagen, hey, Pete, sag mal, wir würden dich eventuell vielleicht feuern wollen, hast du nicht, willst du vielleicht lieber retiren, um dann besser auszusehen, damit du besser aus dem Verein weggegangen bist oder vom Verein weggegangen bist und nicht gefeuert wurdest. Deswegen muss man das auch immer als Option behalten, obwohl ich bei beiden Coaches das Gefühl habe, sie wollen weiter coachen, selbst wenn sie gefeuert werden würden. Ich gehe nicht davon aus, dass Pete Carroll gefeuert wird, wenn ich ehrlich bin. Und inzwischen gehe ich auch nicht mehr wirklich davon aus, dass Russell Wilson weggetradet wird. Kann aber passieren, dass eins davon wirklich passiert in der Offseason. Bei Mike Zimmer auf der anderen Seite bin ich mir relativ sicher, dass er gefeuert wird nach dem Spiel. Da müssen wir natürlich gucken, was passiert mit Kirk Cousins und wer ist der neue Head Coach da. Aber anders als beim Quarterback-Markt, wo er jetzt häufig drüber geredet wird, gerade bei so welchen wie Baker Mayfield zum Beispiel. Okay, aber wenn wir jetzt von Baker Mayfield weggehen, wen holen wir uns dann, der besser ist? Im Draft ist nicht viel los, Free Agency, deswegen vielleicht behalten wir doch Baker und so. Anders ist es meiner Meinung nach auf dem Coach-Markt, weil wir da sehr, sehr viele junge, aufstrebende Coaches haben, die die letzten Jahre schon häufig in so Storys verwickelt waren. Egal, ob sie aus dem College kommen oder aus der NFL. Ken Moore zum Beispiel, Eric Pianemi, sowas in die Richtung. Entschuldigung. Also das sind wirklich alles Optionen und dementsprechend glaube ich, dass eventuell der ein oder andere Head Coach mehr gefeuert wird dieses Jahr. Es müsste jetzt sogar Black Monday sein, ne? Nach Woche 18, wo dann die Head Coaches gefeuert werden. Also ich bin gespannt. Ich würde sagen, Karib Leibzimmer wird gefeuert. Ihr könnt mir gerne eure Meinung, eure Vermutung in den Kommentaren da lassen. Nochmal zur Erinnerung, das National Championship Game vom College Football ist in der Nacht von Montag, also von morgen zu übermorgen. Zwei Uhr nachts geht's los. Es ist sehr spät, aber ich sag so, wenn ihr Dienstag nichts Wichtiges habt oder sowas, dann überlegt euch vielleicht, ob ihr das wirklich gucken wollt. Denn ich denke, Leute in den Kommentaren oder auf Twitter oder irgendwie werdet ihr schon einen Link dazu finden. Das wird höchstwahrscheinlich ein richtig geiles Spiel. Es ist ein Matchup, was wir schon im SEC Championship Game hatten. Da hat Alabama überraschend gewonnen oder mehr oder weniger überraschend. Jetzt ist Georgia auch trotzdem wieder zweieinhalb Punkte Favorit. Also das wird höchstwahrscheinlich ein Spiel auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und da habe ich absolut Bock drauf. Also nur als Erinnerung, Montag zu Dienstag Nacht. Als allerletztes würde ich mich wie immer gerne bei allen Kanalmitgliedern bedanken oder erstmal natürlich allen Abonnenten. Hilft mir schon weiter, wenn ihr Videos guckt und sowas. Das hilft mir weiter. Manchmal fragen Leute oder sagen Leute, hey, ich würde voll gern Mitglied werden, aber sorry, ist einfach geldmäßig nicht drin oder noch schlimmer. Ich war die letzten Wochen Mitglied oder die letzten Monate, aber jetzt kann ich es mir leider nicht mehr leisten und haben dann da irgendwie ein schlechtes Gewissen deswegen oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr die Videos guckt, wenn ihr von mir aus ein Like da lasst oder so oder wenn ihr hin und wieder mal das Video an eure Freunde schickt oder sowas, das hilft mehr als genug. Die Leute, die quasi Kanalmitglied sind, die gehen dann nur noch den Extraschritt, um den Kanal zu unterstützen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Vorteile, die man dadurch hat auf dem Kanal, die sind den Geldbetrag natürlich nicht wert. Das weiß ich auch und deswegen sehe ich das auch immer als freiwillige Unterstützung quasi und das freut mich sehr. Vielen Dank deswegen an alle Mitglieder und natürlich ganz besonders sind die im höchsten Level. Shoutout an alle meine Pro-Baller. Vielen Dank, Ben Dachgeschoss, Stillstoner, 420, guter Name, Leight Morton, Kanal wurde gelöscht, SamuSan, Karl-Karle, oh, Karl-Karle, nicht Karl, sorry, Zäckchen, Paul Rositzka, Robull, Matteska, Paul sein Channel, Gordon Sport, Kanalagende, Leo Rehmagen, Fabian, Marcel Schwarzhardt, Prinz Champ, Benny Burmeister, Jesehkunst, Maxim Hannesweiler, Sven Pollux 96, Chris Schredius, Matthias Fischer, Joshua Eikot, Nessner, Jan Heyer, Stefan Gruner, TJ Ryan, GGT oder Lukas, Blindage 91, Steve Arizona, Max Ambitious, Marcel Goffel, Jonas Eberlein, Nacho Out, Levin Faust, Jets, Amikana Legende, Window 2, Yaki Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangel, Christian Rieckert und It's Pretty Ass. Meine Fresse, die Liste wird immer länger. Ist natürlich sehr geil für mich, da freue ich mich. Vielen Dank, Jungs. Alles klar, das war's mit dem Newsflash. Bisschen länger geworden. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.